Sie möchten Ihre eigenen Versuche durchführen? Kein Problem. Wir empfehlen sogar unseren Kunden immer unsere Klebstoffe auf eigenen Teilen und in ihrer späteren Anwendungs- bzw. Produktumgebung zu testen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Planung und Durchführung Ihrer eigenen Klebstofftests helfen sollen. Als erstes müssen Sie unbedingt alle Substrate oder zu klebenden Werkstoffe identifizieren. Und die Oberflächen müssen sauber sein und dürfen keine Verunreinigungen aufweisen. Henkel unterstützt Sie gerne bei der Auswahl eines lösungsmittelhaltigen oder wasserbasierten Reinigers, der für Ihre Klebstoff- und Materialkombination geeignet ist. Als nächstes müssen Sie sich mit dem Thema Klebegeometrie, Klebefläche und Klebespalt befassen, um festzulegen, wo und wie viel Klebstoff aufgetragen werden soll. Weitere Überlegungen betreffen die verfügbare Zeit für die Klebstoffauftragung und für die Erreichung der Handfestigkeit. Vor Prüfung der Funktionseigenschaften sollten Sie dem Klebstoff unbedingt genügend Zeit zur Erreichung der Endfestigkeit lassen. Und schließlich sollten bei den Tests alle Einsatz- und Betriebsbedingungen berücksichtigt werden, denen das Teil ausgesetzt sein könnte. Zum Beispiel extreme Temperaturen, Witterungsbeständigkeit für den Einsatz im Freien und Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Wir hoffen, diese Tipps waren hilfreich für Sie. Wenn Sie aber mehr Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Wir können gerne Ihren Prüfplan überprüfen oder bei der Erstellung eines Plans behilflich sein. Wir können Ihnen auch Produktmuster für Ihre Versuche zur Verfügung stellen.